hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir dem aqua painter aka uli und zwar mit einem thema was mich selber schon eine ganze weile beschäftigt hat und jetzt möchte ich dir zeigen wie ich das für mich gelöst habe beziehungsweise wie ich das ganze angegangen bin und zwar geht es um die übergänge und zwar die übergänge an gleis stellen also vorrangig und gleis stellen die später nicht oder nur noch sehr schwer erreichen kann und zwar meinetwegen an stellen der anlage die sehr weit weg ist in tunneln irgendwo unten drunter irgendwann ecken wo es halt schwierig ist ja die vier punkte habe ich jetzt hier mal aufgelistet die übergänge die verbindungslaschen versteifen der übergänge die stromanschlüsse an kritischen stellen und natürlich das fixieren der gleise hier sehen wir schon mal ganz kurzen vorschau was ich mit dem fixieren der übergänge meine und zwar ist das gleis von unten versteift wurden durch eine art karton oder dünne pappe kann man sagen nicht so eine karteikarten sind das eigentlich und wir sehen auch an vielen vielen stellen ja immer diese rot schwarzen kabel von unten das ist nicht weil ich lange weile habe das habe ich glaube ich schon mal in dem thema angeschnitten sondern dass ich damit sicherstellen möchte dass immer und überall strom anliegen kann in der anlage weil das ist der knackpunkt finde ich überhaupt dass die verbindungslaschen also die stellen wo die gleise miteinander verbunden wären übrigens da hinten was ich eingekreist habe das ist die stelle um dies gerade gehen soll bzw die wir gerade geklebt hatten hier hier sehen wir mal die verbindungslasche die ist verbogen das sieht man teilweise schlecht man fährt später mit dem finger über die gleise drüber und stellt dann fest dass da ein ganz kleiner ja so ein hubbel ist wo die wo die wagons ständig entgleisen können das liegt daran oft heißt oftmals in den fällen wie ich sie habe dass bei den verbindungslaschen unten diese kleine nase die da dran ist nur ein bisschen verbogen ist und das gleis hinten hochhebt dann öffnen sich die laschen natürlich wenn die gleise zusammenschiebt das haben wir eben gesehen und dann biege ich die mit der zange wieder ein bisschen zurecht das ist ja auch gerade eine weiche die hier gerade in der hand hielt und das ist natürlich da ein bisschen ein problem kind irgendwo ja und zugängliche stelle ist das hier natürlich weil ich habe es ja schon mal in anderen videos gebracht das ist ja meine meine brücken hier hinten die auf den oberen bahnhof führen sollen und da habe ich mit solchen verbindungsstellen zu kämpfen gehabt hier zum beispiel ein gleis was dummerweise auf der einen seite von mir schon verlegt ist und ich dann feststellen musste beim verbinden so wie wir das gerade hier sehen dass das absolut ich sag mal jetzt wirklich einfach so kurze ist geht nicht kannst du nicht machen also raus mit den verbindungslaschen und das ist bei verlegten gleisen natürlich ein bisschen fummelig wenn das video hier übrigens ein bisschen verzappelt aussieht oder wie auch immer zu hektisch das liegt daran oben rechts sehen muss im video das ist jetzt ein zweifach speed also mit zweifacher geschwindigkeit jetzt hier abgespielt um das wie ich immer so schön sagen auch nicht zu langweilig zu machen weil die 1 zu 1 da kannst du dann doch schon ein bisschen ja muss nicht sein deswegen zweifach ja hier habe ich jetzt die verbindungslasche gelöst hier ist so eine alte verbindungslasche die ich noch hatte wo ich den nach kannst du verwenden kannst du schon noch ein bisschen drauf quetschen passt schon und jetzt sehen wir da in dem kreisbereich dass die gar nicht richtig am gleis an liegt wenn man sehen kann das kann man auch durchaus mit einem schraubendreher oder mit irgendeiner kleinen klinge an dem gleis fest pressen wieder anstellen anstellen wo man rankommt hier drüben ist genauso ein problem kennt an der weiche ja das sieht gut verbunden aus ist es aber nicht also raus damit ich habe jetzt hier eine neue verbindungslasche also eine nagelneue genommen hier sieht man es ein bisschen wie gesagt ein bisschen hektisch wirkt das durch diesen etwas bieter drin und jetzt kann man die wunderbar darauf schieben das werden die meisten sowieso kennen aber ich höre immer wieder von manchen dass die sagen ach das bin ich mir zu recht das mache ich daran das passt schon und bei der weiche das haben wir ja vorher mal gesehen da ging es ganz gut das konnte ich retten aber auf dem anderen kleinstückchen hier sitzt es links auch nicht richtig immer gucken aber da auch ganz oben also den hinteren gleis von dir aus gesehen sehen wir dass das nicht so richtig 100 prozent zusammenpasst also da muss man wirklich wirklich aufpassen ich nehme damit oder auch von dem sondern so einem cutter die 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 stumpf rückseite und dann die verbindungslaschen in das gleis noch mal richtig einzupressen irgendwo dann ist ganz wichtig was mir auch aufgefallen ist dass man immer wieder mit den wagons ausprobieren muss hier habe ich jetzt alles gerichtet habe das ordentlich eingepresst und jetzt frage ich mit den wagons da meistens noch mal drüber um zu schauen ob das wirklich passt weil ich hatte schon einige fälle gehabt dass die gleise ich da nur ein millimeterchen verengt haben zu schmal wurden und dann hopsten die wagons immer wieder an den gleichen stellen raus auch kann man sich da schön eine schablone machen zum beispiel aus holz was feilen dass man dazwischen den stößen mal mit dem mit einer art schablone lang fährt dass man immer die gleichen abstände irgendwo hat weil das springt zu schnell aus bei der spur z ich sag mal ab tt lässt sich das wahrscheinlich alles ein bisschen kompensieren oder oder komprimieren aber nicht bei spur z die nimmt ein wirklich jedes kleine bisschen übel ja das versteifen der gleis geschichte was ich gesagt habe mit diesen karton mit diesen drei karten hier so ausgeschnitten wird jetzt über den gleis angepasst dann wird auch guckt ob alles funktioniert wir sehen ja auch die modifizierte weiche unten drin weil das ja der unterflur antrieb ist auch dazu habe ich schon ein paar videos gebracht das sollte alles kein problem sein und jetzt wieder mit dem wagons drüber bevor man das fixiert hier sehen wir dass das gut läuft zum schluss da jawohl und dann mache ich es auch meistens so dass ich nicht nur ein wagons schieben sondern zwei drei wagons aneinander koppel weil man will ja nicht hier sehen wir dass das der wenn ich auf dem ball von oben drauf tippe um den zu schieben dann drücke ich ihn ja schon in das gleis rein das heißt er ist schon fester ist man sich sicher dass es funktioniert kommt hier in tropfen sekundenkleber an beiden stellen ran das lassen wir fixieren und immer darauf achten wenn man weichen daran hat wie ich hier unten dass da dass da kein kleber drauf kommen auch hier sprich aus eigener verfahrung ich habe auch mir schon weichen verklebt die nachher gar nicht mehr ging also da immer schön aufpassen dass es passt dann vorsichtig wird das los gehoben wir sehen dass ich habe also nicht so viel kleber drauf gemacht ansonsten wäre das ganze jetzt schon an der kork unterlage da fest geklebt also das passt jetzt drehe ich das ganze um ist immer auch schön die modifizierte weiche links für den unterflur antrieb und jetzt noch ein bisschen alles hier ein bisschen so ein kleben hier unten drunter dass dann eben auch diese pappe relativ steif wird darum geht es ja im grunde genommen dass das irgendwie hatten fester eine feste verbindung wird mit der ganzen geschichte ja dann ist das immer die andere seite da habe ich es ja auch schon gemacht und dann ist eben halt wichtig stromanschlüsse 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 ich kann es nur wie so ein prediger wie so ein priester hier wiederholen macht man zu wenig ran echt bei stellen wo du nicht rankommst dann bleibt die lok dann irgendwo der zug irgendwo stehen und das bringt alles nichts ja hier sieht man jetzt wie ich die beiden brücken schon fertig gemacht habe wie das ganze fertig aussieht und dann funktioniert es auch das immer auch dahinten die strecke die verschwindet alles passt alles ist fest und alles funktioniert und stromanschlüsse das klar meine freunde ich denke mal so riesenthema war das jetzt hier nicht aber vielleicht war es für den einen oder anderen mal interessant und wer eine meinung dazu hat rein in die kommentare abonniert mich wer es noch nicht gemacht hat ich freue mich auf jeden fall drüber da macht das auch ganz viel spaß und dann sage ich macht schön gut und die aka aquapainter schaui